jo moinne leute herzlich willkommen zu diesem neuen video am 22 spieltag der englischen premier league saison 20 21 20 22 mit dem position let's go 22 spielte heute um 21 uhr briten enthelferten schlagen crystal palace mit 3 zu 1 dann morgen um 13.30 das topspiel manchester city gegen fc chelsea und das ganze geht 1 zu 2 aus für fc chelsea herzlichen glückwunsch an die chelsea rihanna zum lieb dann um 16 uhr fc burnley gegen lapster city 2 zu 2 newcastle united spielte gegen fc watford torlos 0 zu 0 norwich city verliert gegen fc everton 2 zu 4 dann wohl beim one of us gegen fc south enden 1 zu 1 dann um 18 uhr 30 esten villa gegen manchester united 0 zu 1 für man united und sonntag um 15 uhr fc liverpool gewinnt gegen fc gegen fc bretford mit 3 zu 0 dann west ham united gegen united united 2 zu 3 für lieb und um 17 uhr 30 das match of the week live aus sky sky sport puemilek hd oder sky sport 1 ich weiß nicht ob die immer noch dann puemilek heißen da war scheiß drauf um 17 uhr 30 totten im mordspiel gegen fc arsenal das ganze geht 1 zu 2 aus für die gallas herzlichen glückwunsch an arsenal so das war's vom 22. spieltag der englischen premier league saison 2021 2022 mit dem predictions so wenn der ziel gefeinert lasst ein tommchen nach unten vergesst kein abo dann nehme ich die glocke dich nicht vergessen zu aktivieren und bis dann mal gut kick pf pf där Bis zum nächsten Mal.